ich bin wie das schöne begrüßung ja ich bin hier ist wieder der coach jahren und wir müssten das scheiß monster besiegen Spuckt wieder eier Okay Wo guckst du hin? Oh nein Man Mist Spuckt sie wieder eier Ja Man oh man Okay, Luigi würde da am besten helfen Okay, das wollte ich nicht Perfekt Oha Puh Das war knapp Okay Du scheiß Missteil Wo bist du? Ich wusste es, du scheiß Missgeburt von einer maschine Spuckt wieder eier Oha Nicht normal Nicht normal Mal Mal Pass ich auf Komm her Spuckt nicht mal eier Gehe ich auf die andere seite das hast davon Oder? Ich hatte es fast gewonnen Continue Bin ich wieder beim monster? Hoffe ich mal Okay Ich pausiere hier mal und wir sehen uns gleich wieder Bin wieder da wir sind da wo wir letzten stecken geblieben sind Okay Kein problem Und während ich da durchgegangen bin habe ich zwei leben verloren Scheiße oder? Ach so dass sie hier die münze okay habt alle Hey Okay Kein problem Hier gibt's leben genug für uns Gehe da hoch Gehe da hoch Geschafft Wartet mal kurze pause Bin wieder da ich habe was kurz getrunken und ich habe nur sieben minuten Alle münzen dabei und drei leben Damit kann man arbeiten und da ist schon die komische Diese komische tröller Diese komische tröller Diese entstellt die missgeburt Ey Du musst mich doch hier verarschen oder? Oh nein Sei doch eigentlich mal korrekt Weg mit dir Okay Noch zweimal treffen dann habe ich gewonnen Wo ist das teil? Ist da Was macht das jetzt? Okay Noch einmal treffen Dann habe ich gewonnen Nicht du nicht du So kriegst du mich nicht mehr Noch einmal treffen noch einmal treffen dann habe ich gewonnen Ja Boom Wie Scheiße Nicht dreimal scheiße Oh nein das rasset aus Wo ist das teil? So da Oh Jetzt gehen die wand laufen Bring sowieso nichts aber wenn nicht so spaß macht Ey Ey Oh nein Oh nein Ich glaube ich muss sie fünfmal treffen oder? Oh Boah Viermal getroffen Kommst du jetzt mit Eiern an? Perfekt Gewonnen Ja Das war doch eine geile Kampfmusik Das war doch eine geile Kampfmusik Kurs clear Yeah Endlich in der neuen Welt Kein bonus No problem No problem No problem No problem Ähm Mario Würde mal langsam Zeit Bisher alle münzen gesammelt Super Und das ist eine schneewelt Was ist das denn? Hm Aber war schon gestorben Ähm Ja Stirb Okay Diese komischen marshmallow teile Verfolgen uns Ey Oh Das war Ah das ist ja eine Münze Springt runter man Ihr suizid gefährdeten Marshmallows Ähm Okay wenn das nicht Ah okay Super gemacht Super Konzept Du Von wo kommst du eigentlich? Okay Ich hab jetzt verloren Continue Das leiste mir nicht gefallen Komm her Was sind das für Teile? Mann Ich bin noch schlechter als Galagladi Fan Was ist los mit mir? Nichts gegen dich Aber Das muss mal mal gesagt werden Oh nein Ah so geht's auch Okay Ein Fisch brauche ich jetzt? Oder sonst etwas? Oh Du Wartet mal kurz gucken wie viel minuten ich habe Coaching ist wieder back Ja Wir haben so zwei minuten In den zwei minuten wenn ich noch diese Marshmallows hier umbringt Die nerven total Und diese Fische auch Mann Oh nein Niemals Oh ein glück gehabt Okay 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 Boah Boah Glück gehabt Boah Und das ist eine Münze für uns Aber da sind diese Marshmallow Teile Ich war einfach zu schnell Mann Okay Größer Fische haut ab Bisschen speed aufbauen Okay das funktioniert Hey Okay Okay hat nicht funktioniert Kann man die eigentlich mitnehmen Ja man kann die mitnehmen Okay Scheiß Marshmallows Kino ein leben Meine letzte chance Danach Wenn ich meine aufnahme Okay Die 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 Yeah Nicht das Jetzt kommt die ganze bande von denen Mann Okay jetzt könnt ihr nicht mehr kommen Das weiß ich Boah Geschick ausgewichen Huh Das war irgendwie klar Das war auch irgendwie klar Ich dachte Mann Okay Continue Ja Ich weiß Okay Hier wende ich meine aufnahme Wir sehen uns am Dienstag wieder Mit den neuesten Parts Damit sage ich mal Tschüss